Der König, der unter mysteriösen Umständen ertrank. König Ludwig II. von Bayern, eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, wurde am 13. Juni 1886 tot im Starnberger See aufgefunden. Die offizielle Version besagt, er habe sich das Leben genommen, doch viele zweifeln daran noch heute. Ludwig war bekannt für seine Liebe zur Kunst, seine prächtigen Bauwerke und seine Eigenwilligkeit. Eines seiner berühmtesten Bauten ist das Schloss Neuschwanstein im bayerischen Schwangau. Kurz vor seinem Tod wurde König Ludwig für regierungsunfähig erklärt, entmündigt und von engen Vertrauten unter Hausarrest gestellt. Dies geschah, weil Ludwig aufgrund seiner kostspieligen Bauprojekte und seiner Sturheit als unzurechnungsfähig galt. Er stellte mit seinen hohen Ausgaben eine Gefahr für die Staatsfinanzen dar. Am Abend des 13. Juni 1886 unternahm Ludwig zusammen mit seinem Leibarzt Dr. Bernhard von Gudden einen Spaziergang am Ufer des Starnberger Sees. Beide kehrten von dem Spaziergang jedoch nicht zurück und eine groß angelegte Suchaktion begann. Später in der Nacht wurde die Leiche des Königs und die seines Arztes im flachen Wasser nahe der Uferlinie gefunden. Ludwigs politische Gegner, insbesondere Teile der bayerischen Regierung und des Adels, könnten ein Interesse daran gehabt haben, ihn loszuwerden, um seine teuren Bauprojekte zu stoppen und die Kontrolle über die Regierung zurückzugewinnen. Kritiker der Selbstmordtheorie weisen auf mehrere Ungereimtheiten hin. Ludwig war ein guter Schwimmer und an seinem Körper gab es keine eindeutigen Hinweise auf Ertrinken. Zudem befand sich auch sein Leibarzt Dr. Gudden, tot neben ihm im Wasser. War es also ein Unfall, Selbstmord oder doch ein politischer Mord? Was denkst du? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.